Oh, was für'n alten Traum! Wo ist das Telefon? Wo ist das Telefon? Oh nein, 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 nein! Oh, moin! Wo ist es? Oh, es ist in der Waschmaschine! Hallo? Hallo, Nastja! Das Baby schläft! Ich ruf' dich später an! Oh, ich hab' das Baby verloren! Hm? Oh! Oh! Hab' dich! Oh! 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 Titta ist's! Ah! Ah! Nein, nein, nein. Bitte nicht die Polizei rufen. Dann mach keinen Krach. Okay, okay. Ich werde ruhig sein. Puh, sie schläft. Oh, das Baby ist weg. Aha, hatte ich. Oh, ich bin so müde. Ich bin müde. Es scheint, dass das Haus Stacy ist. Oh, jemand hat gekommen. Wer ist da? Was ist da drinnen? Ui. Etwas ist drinnen. Lass uns öffnen. Wow. Ui, da bin ich. Kleiner. Lass uns ihr verlassen. Nein, 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 nein. Aber bitte. Okay. Schau mal, wie gut ist sie? Au, au, sie kratzt mich. Wir müssen in den Salon fahren. Wohin kriegen sie mich? Wir gehen zum Schönhalt-Salon. Hallo. Lass mich, ich will schlafen. Wow, sie machen mir Maniküre und Pediküre. Mir gefällt es. Ah, lass uns nehmen. Schau mal, wie groß er ist. Vorsichtig, bitte. Schau, wie groß er ist. Er ist größer als ich. Schau mal. Ui, Ohren putzen. So angenehm. Ah, Baba. Lass uns einen Hund nehmen. Nein, 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 nein. Nimm mich. Wow, sie ist so schön. Oida, so hübsch du bist. Komm zu uns wieder. Nun, geh weiter. Oh, was ist das? Komm, komm. Fahren wir erst nach Hause? Warum nach Hause? Und Essen und Spielzeuge? Okay, komm. So viele Probleme sind mit diesen Katzen. Papa, schau. Kaufen wir ihr eine Leine. Okay. Dieser wird gut sein. Papa, lass uns einen Anzug nehmen. Wie viel? Nun, bitte. Ja, Spielzeuge. Oh, kaufen. Oh mein Gott, es kostet alles so viel. Und Toilette. Genug. Das ist das Letzte. Yeah. Und Socken? Nein, Stacy. Es ist genug. Na ja. Papa, schau. Schau. Geile Häuser. Kaufen. Oh nein, Schatzi. Nächstes Mal, Schatzi. Mir ist schon schlecht. Können wir Schlange kaufen? Boah, das ist ein Mist. Papa, Vögel. Oh, schau. Vögel, Papageien. Hallo. Papa ist dumm. Papa ist dumm. Oh nein. Hier sind wir zu Hause. Jetzt werden wir essen. Na, 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 na. Hier futtern gut. Mir gefällt. Wie schön bin ich. Ich war noch nie so schön. Jetzt spielen wir. Wie gut ist hier. Ich denke, dass ich für immer in diesem Haus bleiben werde. Nastja, lass uns was spielen gehen. Ja. Oh-oh. Nastja. 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 Ah-ah-ah-ah-ah. Oh. Ah-ah-ah-ah-ah. Okay, los geht's. Nastya, 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 Nastya. Na, was willst du denn dann? Ja! Oh! Aufhören! Ich rufe Papa! Nastya! Hey Papa! Hab die! Ich hab die! Papa, komm mit, ich zeig dir was! Auf geht's! Auf geht's! Da, da schau! Hey, wach auf, wach auf, wach auf! Was? Was ist passiert? Papa! Es ist die Hexe! Ja, ja, wir müssen sie fangen! Ja! Beeil dich! Los jetzt, los! Jetzt, jetzt! Ja, in den Melleimer! Huch! 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 Gib mir fünf! Boaz! Ja, 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 ja! Ohh! Phew!